Aha, helf ich, aha, aha, nein, es ist der Gestaltpunkt, ja, sie rufen bei der Versicherung an, machen Meldung und einen Taxi hierher, Parkhauspfer, ja, nein, anrufen, ja, dann Taxifunk, mein Gott, ja. 10.51 Uhr, endlich unterwegs in unserer Villa, nach Böbling. Ja, ja, folge sie bitte, den 11.20 Uhr, da bin ich auf ca. 11.45 Uhr, ja, sonst bin ich, glaube ich, heute eh alles im gelben Bereich. Oder? Gut. Stört Musik? Aha, bitte wie? Stört Musik? Gut, nein, 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 nicht jeder, der Taxi. Na gut, Isabella, ich verlasse mich auf Sie. Gut, okay, Sie wissen, geht zum Walsch. Gut, gut, okay, danke sehr. Aber zu früh gefreut, denn um 10.08 Uhr stehe ich im Stau mit einem indischen Taxi. Aber kann man nichts ändern, muss man ein bisschen Geduld. Oh, darf man was fragen? Ja. Was ist denn das für ein lustiges Handy? Ne, ja, lustig. Das ist das Ross Independent mit manueller Akkuaufladung. Oh, was? Muss man aufziehen? Na, nicht aufziehen, aufladen, du schaust, ne? Da haben uns ja techniker ganz, ganz erfolgende Arbeit geleistet. Und was kostet? Na ja, Vorsicht! Konzentration, bitte. Entschuldigung. Nichts passiert. Heute ist alles verkehrt. Ein bisschen, ja. Geschafft aber, Gottlob, unverletzt, weil dann am 11.96 endlich der Heimrund im Prinzip. Ja, folgender Sachverhalt, also der 11.45 Termin, den geht es jetzt leider. Nicht das? Mach mal 12.20. Wie das war, soll ich im Griff? Gut, wunderbar. Gut, wunderbar.